Hi Leute, ich mache jetzt mal einen zweiten S. Ja, ich mache die aber ein bisschen anders. Also das wird nicht jetzt in jeder Kategorie einen ersten, einen zweiten und einen dritten geben, sondern insgesamt dann eben von allen Pferden. Und ja, wir fangen mal mit den Regeln an. Ihr dürft nur drei Pferde mit an den Start nehmen. Und ihr müsst eure Pferde sofort eben mit dem Namen sagen. Also das finde ich eigentlich ganz cool und wenn ihr keinen Namen habt, schreibt einfach nichts hin oder macht Strichen. Bei Kategorie sagt ihr einfach eine von der Kategorien. Eine Rasse, was jetzt ist, wenn ihr keine Rasse habt, dann sagt ihr euch. Und das Modell, was es vorher war. Dann kommen wir zu den Kategorien. Es gibt Rappen, Schecken, Füchse und sonstige. Also zu Schecke gehört, auch wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz schwarzes Pferd hat, aber zum Beispiel zwei weiße Flecken aus zwei Punkten oder so irgendwo hat. Das gehört auch zu Schecken und nicht zu Rappen. Also, oder wenn ihr nicht so was Brauns habt mit zwei Punkten drauf. Das gehört dann zu Schecke. Und dann gibt's auch Füchse. Da ist egal, was von Fuchs gibt es. Rotfuchs, Dunkelfuchs. Alle Füchse halt und sonstige. Also, denn sonstige dürfen keine Rappen, Schecken oder Füchse drin sein. Sonst könnte da eben alles sein. Und ihr dürft immer nur eine Kategorie sein. Also, wenn jetzt zum Beispiel... Ja, ihr könnt eben nur eine Kategorie sein. Und dann kommen wir eben zu den Preisen. Ich hab jetzt Platz geschrieben. Erster Platz bekommt ein Kanalversteiger und zwei Video-Wunsch ein Abo. Wenn er schon ein Abo hat, kriegt er natürlich kein Abo. Der zweite bekommt einen Video-Wunsch und ein Abo. Wenn er ein Abo schon hat, kriegt er natürlich kein Abo. Und fünf Likes auf Videos, kriegt er dritte und ein Abo. Ja, ich hoffe, es waren viele mit. Letztes Mal haben wir ja nicht so viele mitgemacht. Und wenn ihr vielleicht YouTuber kennt und die auch gut Repaints machen, könnt ihr die ja mal fragen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao!